Content Kompass. Sponsoring ist nicht alles, aber ohne Sponsoring ist alles nichts. Und deswegen ist Sponsor dieser Sendung die Agentur Kresse & Discher. Kresse & Discher Content Marketing arbeitet mit der Mission, Kommunikation muss Nutzen schaffen. Und Geschäftsführer von Kresse & Discher, Stefan Thiersch, sagt, wir wollen, dass diese Denkweise fundiert und verbreitet wird. Das schafft im Moment keiner so gut wie Olaf und Gidon. Deshalb unterstützen wir den Content Kompass. Wer ist Kresse & Discher? Kresse & Discher ist eine Agentur für Content Marketing, Social Media und Corporate Publishing. Mit über 50 Kollegen an den Standorten Offenburg und Eschborn bei Frankfurt kümmern wir uns seit 30 Jahren vor allem um Kunden im B2C-Bereich. Macht weiter so, Stefan. Danke fürs Sponsoring. Und jetzt geht's weiter mit der Show. Content Kompass. Wir sprechen heute über Content Planung mit SERP-Analysen. Also das heißt, wir schauen uns die Google-Suchergebnisse an und planen anhand der Ergebnisse, was wir für uns oder unseren Kunden an Content produzieren wollen. Und da glaube ich, dass wieder der Olaf ganz besonders viel erzählen wird. Und ich werde blöde Fragen stellen, wie immer. Olaf, hello. Hallo, Gidon. Willkommen in 2021. Du bist in der Realität angekommen aus deinem portugiesischen Paradies zurück in Hannover. Im regnerischen, verschneiten Schneematsch Hannover, ja. Ja. Und ich meine, wir nehmen jetzt ein bisschen später auf als geplant, aber du hast ja eigentlich noch ganz viel zu erzählen über deine Odyssee, wie du wieder nach Deutschland gekommen bist, oder? Das war ein bisschen aufregend. Ja, das war ein bisschen aufregend. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer so richtig interessiert, aber es ist schwierig mit einem Auto, was nicht voll funktionsfähig ist, von Portugal nach Deutschland zurückzufahren, ja. Und an den Grenzkontrollen vorbeizuschleichen nachts. Ich muss dazu sagen, nicht, dass da irgendwie ein Shitstorm aufkommt. Ich bin noch vor dem Lockdown zurückgefahren in Deutschland. Ja, ja, genau. Aber es war trotzdem schwer, hast du erzählt. Du musstest irgendwie einen Beleg von deiner Agentur... Ja, wollte keiner sehen. Ich habe einen Beleg von der Agentur dabei gehabt, aber wollte keiner sehen. Ah, okay. Okay. Lasst mich durch, ich bin Marketer. So ungefähr. Das wäre ein geiles Motto-Shirt. Machen wir für ein Content-Kompass-T-Shirt. Das ist nicht böse, ich bin Content-Marketer. Ja, ich weiß nicht, wie es bei unseren Zuschauern ist. Ich finde die Idee geil. Ich habe das noch nie so strukturiert gemacht. Wollen wir eigentlich Links? Hast du Links dabei? Nö, außer es gibt einen... Ich habe einen Blogbeitrag zu den SIRP-Analysen geschrieben in meinem Premium-Bereich. Das können wir gerne verlinken. Ah, verlinken wir den. Ja, sehr gut. Genau. Ich habe keine Links. Ich habe mir wieder so Gedanken gemacht. Aber das ist so, wie ich arbeiten will dieses Jahr. Habe ich dir vorhin schon kurz erzählt. Ich will weniger springen zwischen Aufgaben hin und her springen. Das ist kein Link. Aber das ist sowas, was ich mir als Entree, als Thema überlegt habe. Und vielleicht als Anregung für manche da draußen, die abends heimkommen und sagen, oh Gott, ich bin fertig. Ich weiß, das kann nicht jeder. Aber ich probiere das gerade für mich einzuhalten, dass ich irgendwie... Ich schreibe einen Blogbeitrag für meine Seite. Und dann werde ich mich noch um irgendein Agentur-Thema kümmern. Auf der Seite geht es ums Wortliga-Tool. Und dann schaue ich, dass ich alle Tool-Sachen vormittags mache und alle Agentur-Sachen nachmittags, damit ich im Kopf nicht so hin und her springen muss. Und das hilft mir total bei... Also ich spare mir dabei Energie, habe ich das Gefühl. Wenn du das kannst, weil du wenig Mitarbeiter bist, dann geht das. Ich kann das leider nicht. Bei mir ist mein Kalender zu 80 Prozent fremdbestimmt. Und ich muss immer zwischen den Projekten, weil ich habe Qualitätsmanagement. Ich muss Abgaben kontrollieren in Sekurität. Ich habe immer wieder mit anderen Mitarbeitern zu tun. Wir sind ja auch inzwischen knapp 40 Leute. Ich habe mit Kundenprojekten verschiedenster Art zu tun, weil ich ja den Fachbereich leite. Also ich wünschte mir das auch teilweise. Ich muss halt dieses stetige Switchen und sich wieder neu reindenken in den Kollegen und in die Kunden. Und so ist es schon anstrengend. Das frisst so viel Energie. Vielleicht kommst du damit auch besser zurecht als ich. Ich weiß es nicht, aber für mich ist das, ich gehe jedes Thema so mit Leidenschaft an und denke mich dann so tief rein und bin dann so sehr energisch da drin, wenn ich da drin bin in dem Thema. Und wenn ich dasselbe dann eine halbe Stunde später einfach mit einem anderen Topic machen soll, ich habe gemerkt, dass... Du bist halt wie in so einem Tunnel drin irgendwann. Und aus diesem Tunnel wieder rauskommen, da brauchst du so viel Energie, um in einen anderen Tunnel reinzukommen. Ja, genau. Ich kenne das wohl, ja. Ja, genau. Also vielleicht schafft es ja der ein oder andere, der uns zuhört, das für sich anders zu strukturieren. Ich finde es... Aber dafür muss man... Stimmt schon. Wenn du fremdbestimmt bist, stark mit vielen Mitarbeitern, dann ist es schwer. Vor allem dann hast du ja auch noch Personalthemen da. Ja. Das sind dann ganz andere Sachen. Ja. Es ist immer, immer wieder... Aber auf der anderen Seite ist es immer wieder spannend. Es passieren immer wieder neue Sachen, die man vielleicht am Anfang des Tages nicht gedacht hat. Ja. 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 Vielleicht würde es dann bei dir helfen, dass du irgendwie von vornherein dir weniger vornimmst oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe auch mal gehört, man soll irgendwie sich maximal 60, 70 Prozent auslasten, weil der Rest für Fehler und Pausen da sein kann. Also ich habe ungefähr 20 Prozent Blocker. Insbesondere der wichtigste Blocker, den ich mir gesetzt habe letztes Jahr, war Sport. Ja. Weil diese Zeiten sind normalerweise, wenn ich die offen lasse, dann schieben mir die Kollegen morgens um neun Termin rein und dann kann ich es mit dem Laufen vergessen. Und deswegen habe ich zweimal in der Woche unter der Woche einen Blocker, festen Blocker, anderthalb Stunden Sport, den ich auch nicht hergebe. Sehr gut. Gehst du vormittags laufen? Vorder, oder? Inzwischen gehe ich vormittags laufen. Früher habe ich immer gesagt, ich bin kein Morgenläufer. Habe ich früher immer gedacht, aber Morgenlaufen hat einen großen Vorteil. Man startet mit einem anderen Mindset und mit anderen Frische in den Tag rein. Ja, voll. Ist jetzt im Winter ein bisschen unangenehm, morgens um acht im Halbdunkeln loszulaufen, aber geht. Kann ich voll, ja. Es ist hart, kann ich aber voll bestätigen. Ich habe das eine Zeit lang so richtig militant gemacht. Ich habe erst um elf Uhr angefangen zu arbeiten, weil ich davor Sport gemacht habe. Es ging gar nicht anders. Das ist zum Glück schon fünf Jahre her. Das war meine Burnout-Zeit. Ich konnte nicht anfangen zu arbeiten, ohne die Energie erst mal rauszulassen. Vielleicht war das auch mit für den Burnout beteiligt, weil du da ein bisschen zu viel gemacht hast. Ich habe viel Sport gemacht. Nee, es war ja andersrum. Mit dem Sport habe ich mich gedanklich runtergebracht. Dann bin ich entspannter, ausgelassener, ausgelastet, so positiv, weißt du, in Balance, in den Tag gestartet. Und dann konnte ich mich ein paar Stunden richtig in Themen reinbeißen und multitasken. Dann war ich wieder brei im Kopf. Also, ich bezeichne das immer so, weil wir arbeiten ja alle ganz viel mit dem Kopf und Sport bringt die Balance. So lastest du deinen Körper auch aus. Sonst bist du nur immer ständig kopfüberlastet. Ja. Und dann hast du eine schlechte Balance, weil dein Körper noch voll und völlig unausgelastet ist und dein Kopf ist völlig überlastet. Und durch diesen Sport bringt man das wieder in die Balance. so erkläre ich mir das so ein bisschen. Ja. Und Laufen ist echt einer der besten, also Selbsthilfen, auch für den Kopf, was du ja auch machst. Das bringt einen runter. Das ist für mich Meditationsersatz. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch mal so, wo jeder was finden kann für sich, glaube ich. Also, ich mache ja seit einem Jahr Kampfsport tatsächlich. Und das hat halt ganz viel mit Konzentration zu tun. Sonst kriegst du halt auf die Fresse, ne? Das kriegst du, genau. Das letzte Training war mit Stöcken. Also, wir mussten lernen, Stockangriff aufzunehmen. Und wenn du da was falsch machst, dann kriegst du halt irgendwie auf die Hand oder Gesicht. Und da muss jemand nicht doll zuhauen, dass es ganz schlimm wehtut. Das heißt, ich konzentrationskrüppel, bin dann zwei Stunden lang gezogen, um mich zu konzentrieren. Und das ist super gut. Also, nicht jeder muss Kampfsport machen, aber mir hilft das total. Ja, ich glaube, dass es Kampfsport macht, sehr achtsam auf jeden Fall. Und auch für so Leute, die so ganz stark im Kopf sind wie wir, es gibt einfach eine unglaubliche Verbindung zum Körper. Also, danach merke ich immer so, also, ich habe immer zu einer Freundin gesagt, die mich abgeholt hat nach dem Training, so, boah, bei dem Sport merkst du, dass du einen Körper hast. Das ist so aus wie rausgesprudelt. Vergisst man seinen Körper, finde ich. Man ist so im Bildschirm-Hopf unterwegs. Gut, so weit. Man merkt, Guido und ich haben schon länger nicht mehr gesprochen. Ich glaube, wir sollten mal zum Hauptthema kommen. Kommen wir zum Hauptthema der Serp-Analysen. Ich habe mich jetzt gleich an einen meiner erfolgreichsten Artikel meines Lebens erinnert. Das war für Suchkraft. Das war unser Local-SEO-Projekt. Suchkraft.com gibt es nicht mehr. Da habe ich mir einfach mal angeschaut, so Firmen Google Maps eintragen, was andere gemacht haben. Und dann habe ich mich halt davon inspirieren lassen. Habe gesagt, okay. Da habe ich mir ein Beispiel rausgesucht und habe die Idee geklaut, auch so, wie die das aufgebaut haben. und habe gesagt, das mache ich jetzt noch besser. Dann habe ich das meiner Meinung nach noch besser gemacht. Auch so auf mehrere Seiten aufgeteilt und mega viel Aufwand reingesteckt. Und ich glaube, da habe ich sozusagen aus Versehen schon das gemacht, was du heute hier empfehlen wirst. Aber ich habe es sozusagen eher wie so ein Journalist gemacht. Meine Recherche. Okay, was gibt es denn da draußen? Und wie kann ich das inhaltlich noch weiterentwickeln? Oder was finde ich dazu? Ja, also das ist das, was ich berichten kann, was sehr gut funktioniert hat. Was rankt auf Seite 1? Und dann frage ich mich, mache ich heute auch immer noch manchmal, wie kann ich das, was ich auf Seite 1 finde, was mir gut gefällt, noch besser machen? Und das Spannende ist ja, es ist ja kein reines SEO-Thema. Viele Leute denken, auch Serp-Analyse kommen die wieder mit ihrem SEO-Krams um die Ecke. Nee. Google ist inzwischen sehr gut da drin, zu erkennen, was jemand möchte, wenn er etwas in den Suchschlitz eingibt. Was möchte er für Inhalte sehen? Was hat er gerade vor? Ja, genau. Wo befindet er sich in der Customer Journey? Was für einen Inhalt will er präsentiert bekommen? Weil das ist extremst wichtig für Google, dadurch die Nutzererfahrung, die man mit den Serps, also mit der Suchmaschine hochgehalten wird. Übrigens, mein fachchinesischer Sensor ist gerade angesprochen, Serp, für alle, die es vielleicht nicht wissen, Search Engine Relation, nee, Search Engine Results Page. Pages, Page, genau. Und insbesondere ist da wichtig die erste Google-Seite, weil das ist der Sweet Spot bei Google und da gehen über 90% der Klicks halt drauf, die bei Google getätigt werden. Auf Seite 2 passiert nicht mehr viel und auf Seite 3 eh nicht. Und es ist so krass, es passt gar nicht hier rein, aber wo du es gerade erwähnst, wie viel Unterschied es macht, ob du auf Platz 2 oder 1 stehst. Immer noch, es ist so ein krasser Unterschied. Es sei denn, es sei denn, das Snippet von Platz 1 ist scheiße. Und dann wäre es wie ein anderes Thema. Wir merken es von einem Kooperationspartner, wir kriegen von dem Traffic und der steht zu diesem Keyword auf Platz 1 und wir auf 2. Das ist brutal. Du musst dann am Snippet nochmal arbeiten vielleicht. Und vielleicht nochmal Snippet ein bisschen besser machen, dass die Kim hier noch mehr Klicks abbekommt. Das ist halt auch so eine wichtige. Also Snippet-Optimierung ist ja sehr gut geeignet dafür, aus den bestehenden Rankings noch mehr rauszuholen. Das ist halt extrem wichtig, aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Also die SERP-Analyse ist halt für uns, weil es ist halt so entscheidend oder so wichtig, weil auch nicht nur aus SEO-Sicht, weil die erste Google-Suchergebnisse-Seite sagt dir halt so viel, sie sagt dir unter anderem, was für eine Art von Content möchte jemand wissen. Und da geht es über diese klassischen Suchintentionen, die man ja kennt, Informational, Transactional, Commercial. Da geht das hinaus. Oder Brand oder Navigational, da geht das hinaus, weil auch da gibt es noch Zwischendimensionen in diesen einzelnen klassischen Suchintentionen. Also diese drei Kategorien sind Informational, Informativ, jemand will was wissen. Transactional ist, jemand will... Etwas tun, etwas kaufen oder etwas downloaden meinetwegen. Und Commercial ist reines Kaufinteresse. Genau, Commercial ist Transactional, Schrägstrich Commercial, das wird zusammengefasst so ein bisschen. Und Navigational ist halt, jemand will auf eine bestimmte Unterseite, jetzt meinetwegen Zalando Schuhe ist ein typischer Navigational Begriff und nur Zalando wäre der Brandbegriff halt. Und dann gibt es Informational und das ist aber zu grob. Diese klassischen Suchintentionen sind für uns Content-Verantwortliche etwas zu grob, weil dort kann ich noch nicht aus, nur weil ich weiß jetzt, okay, da will jemand jetzt Informational Content haben bei diesem Suchbegriff. Heißt das oder bei dem Thema, heißt das noch lange nicht, daraus kann ich relativ wenig ableiten, was für eine Art von Content ich produzieren muss, weil es ist sehr unspezifisch Informational. Ja, das kann ja alles sein. Das kann alles sein. Und vor allem, ich habe dann irgendwie ein Glossar zum Thema, dann habe ich einen Blog, so und dann gibt es ja sozusagen ganz unterschiedliche, Zielgruppen dann auch auf der Seite eins. Die eine Zielgruppe ist total blöd im Thema, noch gar nicht Einsteiger und will erst mal wissen, was ist denn ein Bügeler. Der andere will wissen, okay, wie bügele ich meine Hemden. Genau, genau. Exakt. Also im Endeffekt und so ähnlich habe ich diese Micro-Intents auch aufgeteilt. Ich habe, ich habe auch meinen Suchintentionsartikel abgedatet mit, mit diesen Micro-Intentions. Es gibt auch, habe ich ja angemerkt, schon einen Blogbeitrag zum Thema Serp-Analysen und auch dieses, ist beides allerdings Premium. Tut mir leid, ihr müsst jetzt einfach mal in eure Tasche greifen. Kostet aktuell, ich werde es bald wieder erhöhen, weil wieder ein neuer Beitrag in der Pipeline steht, also greift wenn doch schnell zu. Also es geht, ich habe die Informational-Suchintentionen nochmal untergliedert in Definition, Expansional, Befähigung, Aggregation, Schräg, Schräg, Überblick. Genau, in die vier, waren es vier? Vier Micro-Intents habe ich das nochmal und Definition ist genau das, was du gerade gesagt hast. Absolut Einsteiger, was ist etwas? Definitorische Antworten, Wikipedia, Beiträge ranken da oft, Glossare, Lexikas, also wo grundsätzlich erstmal die Was-ist-Frage beantwortet wird oder welche Bedeutung eventuell auch etwas hat, um erstmal für mich einordnen zu können, was ist das überhaupt und will ich mich damit, genau, will ich mich damit tiefer beschäftigen und wenn ich dann weiter bin, dass ich mich tiefer in etwas einarbeiten möchte und Google merkt das oder man sieht auf der Definition, müssen nicht lang sein. Wir haben teilweise, Wikipedia-Artikel sind nicht immer ellenlang so, also da sind ein paar hundert Wörter, da reden wir nicht von diesen holistischen Landing-Pages aller 5000 Wörter, um es mal wieder reinzubringen, sondern da ranken teilweise auch für so ein Search-Intent halt auch kürzere, mit ein paar hundert Wörtern beitreten, aber dann gibt es halt auch noch den Expansional-Content und da sind wir bei diesen holistischen Landing-Pages und auch Pillar-Pages, wo sehr, wo jemand in die Tiefe gehen will. Also er will wirklich ein Thema vollumfassend erforschen halt im Endeffekt. Dann haben wir dieses Thema Befähigung, das sind typisch How-Tos, du hast es gesagt, wie bügelt man meine Händen, also die Wie ist die Frage, wie funktioniert etwas, wie mache ich etwas. Das ist so Befähigungs-Content und dann gibt es noch so ein Aggregation-Überblick-Content und da sind so Listicles oder die zehn besten Tipps, die zehn, die 15 besten Blogs, das ist so Orientierungs- oder Überblick-Content. Ich möchte mir erst mal einen Überblick verschaffen und möchte aber auch nicht 5.000 Wörter lesen. Ich will es kurz und knapp in der Liste haben, will das schnell in der Tabelle vielleicht etc., will halt einen schnellen Überblick bekommen. Okay, also es lohnt sich, mein Thema, zu dem ich über Google Besucher haben will oder vielleicht auch einfach... Einfach, um zu wissen, was denn Menschen bei dem Thema haben wollen, konsumieren wollen. Es geht ja gar nicht nur darum, bei Google damit jetzt zu erscheinen, sich da irgendwie reinzumogeln mit seinem Content, sondern es ist ja eigentlich eine Art Marktforschung, die man da... Ja, es ist eine Inspirationsquelle und Marktforschung dank Google, weil Google so gut da drin ist, rauszufinden, was Menschen wollen. Super. Bediene ich mich da. Das sind so die Informational Micro-Intents also du hast Vergleichorientierung, da geht es halt im Endeffekt darum, Ranked-Listicals, also wo eine gewisse Bewertung schon drin ist in der Übersicht. Die besten SEO-Tools und die zehn besten SEO-Tools am besten noch in Reihenfolge gebracht, nach dem wirklich besten. Also nicht nur eine objektive Übersicht, sondern auch mit einer Bewertung drin. Stiftung Warentest, Tests, wo eine gewisse Reihenfolge reingebracht wird, mit Sternebewertung etc. Irgendwie sowas. Dass ich dieser... Zu dem Überblick, den ich mir vielleicht vorher schon gemacht habe, noch eine bessere Orientierung kriege. Was sind die besten Themen? Und aus diesen 15 Möglichkeiten will ich nur die drei besten raussuchen. Und die dann meinetwegen da dann genauer reinrecherchieren und mich dann auf... Mich über deren Kategorie-Seiten, wo wir eine Auswahl im Endeffekt zu treffen, um dann darüber zum Leistung und Produkt zu kommen. Also Leistung-Produkt, Produkt-Detail-Seiten, Kategorie... Es sind Kategorie-Shop-Seiten meinetwegen und Vergleichorientierung können halt auch objektive Portale sein, die so im Vorfeld eines Kaufs halt so zur Recherche genutzt werden, wo man schon auf dem Weg ist, eigentlich etwas zu kaufen. Da sind wir wieder voll in der... Du kannst eigentlich in dem Schaubild der Customer Journey... Absolut. ...Kundenreise, wirklich die verschiedenen Suchergebnis-Seiten mal zeigen. Ja. Okay. Das passiert an dem Punkt der Google-Recherche. Ja. Oder der Kundenreise. Ist der auf Google? Also er muss ja nicht in jedem Punkt der Kundenreise auf Google sein, aber sagen wir mal, auf drei, vier Punkten ist er... Google da wieder. Ist schon sehr spannend. Du siehst an der ersten Google-Seite auch, wie die Mischung ist. Wo befinden sich Menschen, die diesen Begriff gerade bei Google eingeben? Befinden sich eher in der Awareness-Phase und sind eher auf der Suche nach Definitions-Content oder nach Expansional-Content oder nach Befähigungskontent? Oder sind sie schon weiter und in Richtung Preference, Consideration, Preference-Phase und gehen sie schon auf Testseiten? Wollen sie Testseiten besuchen? Wollen sie Shop-Kategorie-Seiten sehen? Leistungsübersichten sehen? Etc. Von bestimmten Anbietern. Und das ist halt so ein wichtiger Aspekt von Serb-Analysen. Ja. Was ja auch zu den Serbs gehört, ist Google Suggest. Also ich gebe Bügeleisen ein und dann zeigt es mir eher an, was andere Leute googeln. Ja. Und das war für mich 2010, 11, so ein totaler Augenöffner. Da habe ich nämlich in der SEO-Agentur ein Praktikum gemacht und wir haben eigentlich fast nur mit einem Keyword-Planner gearbeitet. Also damals noch Keyword-Tool? Keyword-Tool. Google Keyword-Tool ist es, glaube ich. Google Keyword-Tool. Das ist schon so lange her. Keyword-Planner. Und ja, vielleicht noch irgendwie so gekaufte Keyword-Tools. Aber mit denen habe ich nicht gearbeitet, nur die Agenturleitung. Also war eine kleine Agentur, aber die haben sehr gut gearbeitet. Und dann hat der Kai, Spreeßersbach, mit dem hatte ich damals super viel zu tun und hat mir gesagt, ja, aber vergiss Google Suggest nicht. Und das war für mich total neu. klar, da zeigt Google auch noch mal eine Menge Keywords an, die es woanders vielleicht nicht anzeigt, weil es für Google-Anzeigen nicht so relevant ist oder so. Gehört das für dich auch da dazu, zu den Serb-Analysen? Was zeigt Suggest da an? Da benutzen wir in der Regel die Suggest-Tools und machen das nicht über die Serbs. Also da nehmen wir halt die Tools. Serb ist ja wirklich eine Feld-Analyse, wirklich eine Feld-Analyse aus der Praxis und für gewisse Arbeiten wie sowas gibt es halt Tools, die die APIs anzapfen und wo man über die Tools halt sieht. Da gucke ich mir die Serbs halt nicht an. Wo ich mir die Serbs noch angucke, ist halt Medienformate. Wenn ich sehe, dass Bildereinblendungen sind oder Videoeinblendungen, dann weiß ich, dass das Videoformat Bild und Video vielleicht ergänzend in meinem Content gar nicht so schlecht ist zu ergänzen, Videos und Bilder zu ergänzen. Genau, wenn du Bügeleisen eingibst und du kriegst lauter YouTube-Videos, dann weißt du, okay, offenbar klicken Menschen, die auf Google Bügeleisen... Genau, sonst würde Google ja halt diese Universal-Search-Einblendungen oder diese vertikalen Indizes da nicht mit ein... daraus nichts einblenden, so in dem... Wenn die Leute das nicht suchen würden. Du kannst auch gucken, oben unter dem Suchschlitz findest du ja auch eine Reihe von... wo du in diese vertikalen Suchmaschinen oder vertikalen Indizes halt reinspringen kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt SEO eingebe, sehe ich da oben, dass da News drin ist, Bilder, Videos, Bücher. Ja. Das sagt mir natürlich auch was aus. Und das ist nicht immer gleich. Das ändert sich, je Suchanfrage ändert sich, was da oben für Auswahlformate direkt zu sehen sind. Das kannst du da auch noch mit reinnehmen. Und dann... Also aus den Serbs kannst du halt extremst viel ableiten. Und du musst auch... Du darfst... Du musst auch schon dir den Content teilweise richtig angucken. Du kannst dann noch weitergehen. Du gehst... Wenn du dann auf die top-rankenden Suchergebnisse gehst, kannst du dir ja auch noch aus... eigentlich den Inhalt, der dahinter steht, auch noch mal auseinandernehmen. Und gucken, was die da richtig gut machen, wie du es vorhin gesagt hast. Und das machst du halt... Versuchst du halt noch besser zu machen. Ja, ja. Ja, genau. Du kannst ja sogar... Du kannst dir sogar die Meinung der Autoren dir angucken. Welche Meinungen spiegeln die ersten zehn Ergebnisse wieder? Und daraus das Ableiten auch. Da habe ich die Erfahrung gemacht, ist das aber vielleicht ein ganz spannender Tipp von unseren Zuhörern und Zuschauern. Da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man eine kontroverse Meinung einnimmt und damit seinen guten Content noch ergänzt und eine andere Perspektive reinbringt, die der andere noch nicht reingebracht hat, oder sogar eine komplett andere Meinung, hast du gute Ranking-Chancen. Weil Google schon auf eine gewisse Diversität, 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 Diversdings, Diversdings achten will und solche Sachen gerne mit dazwischen packt dann so. Also du darfst nicht immer nur kopieren, was andere schon machen, sondern, das haben wir ja in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, du musst immer versuchen, dass du nochmal eine Perspektive reinbringst, die so noch keiner hat. Zum Beispiel damals, als ich untersucht habe, wie wichtig PageSpeed für das Ranking ist oder Nutzersignale. Das sind Dinge, die Beiträge ranken, weil ich eine andere Meinung vertreten habe als alle anderen. Alle anderen haben sie gesagt, PageSpeed ist ein wichtiger Ranking-Faktor. Ich habe gesagt, ist nicht so wichtig. Nutzersignale, wichtiger Ranking-Faktor. Ich so, Google sagt was anderes. Das ist halt spannend und da gibt es auch einen guten Beitrag, gerade ganz frisch im Animals-Blog, den können wir gerne auch verlinken. Wir gehen die genau darauf ein, dass man halt nicht blind in diese Google-Serb-Analyse-Falle getappen soll und das nur alles kopieren sollte, sondern auch darauf achten will, was Neues reinzubringen, was es dort noch nicht gibt. Sonst erhältst du den Kreislauf aufrecht, den es da gibt, aber schaffst du, warum solltest du dann auf die erste Seite oder warum solltest du, auch wenn man mal sagt, die Zielgruppe, die Leute googeln ja viel mehr, als wir denken. Die Leute googeln die ganze Zeit und ab und zu irgendwann nehmen sie dann Kontakt auf oder kaufen was und wenn ich einer von vielen bin, ja, also da geht es gar nicht nur um Suchmaschinenoptimierung, sondern wenn ich halt einer von vielen bin, dann falle ich ja auch nicht auf. Also ich würde auch immer gucken, was kann ich mit meiner Erfahrung auch zum Beispiel, das war bei dir ja Erfahrung, so meiner Erfahrung nach ist es nicht so, dass Google sich verhält oder was wollen meine Kunden wissen. Also ich kann ja auch sozusagen die ersten 10 Suchergebnisse analysieren und sagen, okay, solche Inhalte bevorzugen da Menschen, aber meine Kunden stellen mir diese Fragen, dann bringe ich das doch zusammen. Ja, genau. Und da haben wir schon mal eine gute Sendung zu gemacht, wie man guten Content erstellt. Vielleicht können wir auf die auch nochmal verweisen irgendwie. Ich kann es gar nicht sagen, aus dem letzten Jahr irgendwann. Ja, und am Schluss sind das halt Serp-Analysen, die wahnsinnig interessant sind, sind nicht nur für SEOs, sondern auch für Content-Verantwortliche und Content-Marketer. Ja. Deswegen, es ist ein Pool an, es ist ein geprüfter, Mafo-Pool an, von Google-Algorithmus geprüfter, Pool an Inspiration. Ja, und je mehr Seiten, je mehr, je mehr Websites, mal blöd gesagt, es gibt, desto mehr bildet dieser Index von Google tatsächlich ja auch die Realität ab. Ja. Welche Inhalte wollen Menschen sehen? Weil klar, am Tag 1 musste Google halt das nehmen, was da ist, was da war. Genau, genau. Das ist immer noch, aber es ist halt so unglaublich viel da. Da ist halt, und das steht auch an dem, diese These steht auch an diesem Animals-Blog. Ja. Wenn du nur dem folgst, was Google da auf 1 rankt, da rankt halt nur das, was gerade da ist. Mhm. Aber du kannst es ja besser machen. Ja. Und vielleicht schaffst du es ja mit einem ganz anderen Beitrag da auch zwischenzukommen, der das gar nicht berücksichtigt, weil es nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt. Je weniger indexierte Dokumente es gibt, desto mehr besser, desto schneller kannst du auch mit Crap oder mit Durchschnitt vorne ranken. Je mehr indexierte Ergebnisse, bei Google sind, desto schwieriger wird das. Ja, genau. Und da ist man vielleicht Outstanding. Musst halt irgendwie schaffen, Outstanding zu sein. Und darum geht es halt im Endeffekt. Und dann ist für mich nochmal eine Herausforderung, das Wissen über die Zielgruppe oder die Idee, die ich habe von meiner Zielgruppe, damit zusammenzubringen. Weil wir haben auf, die MAFO, die wir auf Google machen, ist eine andere Marktforschung, als wir mit unseren Kunden machen. Und wir müssen dann, weil es bringt nichts, so eine holistische 5-Millionen-Wort-Landing-Page zu machen, wenn ich mich an Experten richte, die den ganzen allgemeinen Kram nicht lesen wollen. Und da sind wir wieder bei der Praxis. Also, wenn du, und da nichts gegen Journalisten jetzt, aber da hat, glaube ich, ein Content-Marketer in einem Unternehmen immer noch einen Vorteil gegenüber einem Journalisten, weil der Journalist schreibt über viele Themengebiete und arbeitet für einen Verlag vielleicht oder eine Redaktion, der Content-Marketer arbeitet in seinem Unternehmen und ist direkt an der Zielgruppe dran, im besten Fall. Und das ist bei, außer wir nehmen jetzt CT, wenn wir jetzt mal CT rausnehmen, den guten Herrn, wie heißt er, wie hieß er? Jürgen. 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 Jürgen Rink. Wollte gerade sagen, ja. Eine Ikone des Content-Prompers inzwischen, so oft referenziert. Ja, müssen wir auch verlinken hier. Müssen wir auch verlinken. Journalisten, die arbeiten wie Marketer. Ja, die arbeiten wie Marketer, die kümmern sich um ihre Zielgruppe und treffen sich mit Fokusgruppen mit denen, das ist halt auch gut. Ja, eigentlich ist das das Thema Serp-Analyse, könnten wir an der Stelle eigentlich beenden. Ja, super. Wir sehen uns demnächst wieder mit dem nächsten Interview. Haben wir wieder einen Gast dabei? Wir haben mehrere Gäste, haben wir. Ja. Mehrere. Richtig spannende Gäste. Geile. Richtig. Es geht um, es wird gehen um Videos im Content-Marketing. Oh ja. Super, super, ja. Spannendes, Spannendes Ding. Mir laufen auch immer mehr Videoleute über den Weg, die jetzt so sich breiter aufstellen. Also Videoleute finde ich super spannend, weil die denken nochmal ganz anders. Also wir haben vielleicht bald neuen Kunden. Das ist eine Agentur, die haben früher nur Videos gemacht und machen halt jetzt breiter, wahrscheinlich auch, weil die Kunden das wollen und die denken, die sind halt mega kreativ. Also Video ist spannend, ja. Wir machen ja jetzt auch Video. Also ich finde es ein tolles Format. Wir machen jetzt auch Video. Okay. Dann bewertet uns auf iTunes. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Folgt uns bei Spotify. Daumen hoch bei YouTube, wenn ihr wollt. Und bleibt uns treu. Aber hört natürlich auch alle anderen coolen Termfrequenz-Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Content Kompass. Es kam ein Brief von dir, doch wahrscheinlich war's kein Brief. Jährlich grüßt das nur mit dir, wie die Geister, die ich rief. Grad wo wieder Winter ist, sowieso kein Schnee mehr fährt. Verlass auf dich wahr, wie verlassen von der Welt. Einer trägt das ganze Leid, groß geworden, viel gezeigt. Hier in meinem Glashaus schmiss ich alle Scheiben schon früher ein, ganz allein. Meine Päckchen durch die Welt getragen, hier und dahin gefallen. Aufgestanden, weitersagen, saure Äpfel angebissen, bis ich keinen süßen fand. Hab mich zu oft ertrunken, aufgewacht mit Geisterhand. Das Leben auf und ab, eigentlich doch ganz normal. Früher Schmerz, langes Leid, künstlerisch, als wär's gemalt. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. Zu viel Zeit, nur mit Warten, ihr verschwendet. Du ruchst doch eh nicht an. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. Zu viel Zeit, nur mit Warten, ihr verschwendet. Du ruchst doch eh nicht an. Sieben Jahre sind vergangen, zu Hause, wo die Stille wohnt. Freunde, wenig und weg, Bude leer, das Herz ist tot. Hab's weit gebracht, die Scherben für ein Leben lang. Mitgenommen, meine Hand, Glaube von Gott verdammt. Sag mir an was, wenn ich schon an dich nicht glaub. Zu Hause da, wo ich weiß nicht, ich zieh glaub aus. Wie so oft, dachte ich, gib kurz Bescheid. Kleines Update zur Vergangenheit. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. Zu viel Zeit, nur mit Warten, ihr verschwendet. Du ruchst doch eh nicht an. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. Zu viel Zeit, nur mit Warten, ihr verschwendet. Du ruchst doch eh nicht an. Dann zutzen sie dich nicht an. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.